ARD Text im Auftrag von Funk Ja hoi, danke! Ja hoi, Luis! Was machst du denn mit der Ausrüstung da? Was mit der Ausrüstung? Das ist 40 Jahre lang gut genug gewesen und bei den perfekt präparierten Pisten da in der Schwemm-Alben. Haha! Sag ich doch, da treu ich mich zu wetten, dass ich schneller bei der nächsten Hit bin wie du. Das glaube ich nicht. Da werden wir es. Aha! Der hat mit den alten Schwemm-Alben nicht gerechnet. 40 Jahre Schwemm-Alm. Echt. Gut. Skifahren. www.schwellmalm.com óleverions-Main. Vielen Dank.